So, jetzt mal ein Beispiel, was in der letzten Notrichtseinheit schon gelöst wurde. Und jetzt haben wir dasselbe Problem und lösen es jetzt mithilfe von Prozeduren, Funktionen und insbesondere Parametern wesentlich flexibler. Beispiel. Ich habe hier das Rechteck-Programm. Ich führe es jetzt mal aus. Ich habe hier das Rechteck-Programm. Ich rufe es mal auf, wann es ist. Java-Applikation. Was wird hier gefordert? Hier soll ich eine Zahl eingeben. Ja gut, hier steht jetzt nicht, wie groß die Zahl sein kann. Ich gebe es mal als 3 und 5 ein und interpretiere das erste als Höhe und das zweite als Breite eines Rechtecks, was in dieser Form auf dem Bildschirm ausgegeben werden soll. Ich gebe hier die Höhe ein, das ist beispielsweise 5. Ich gebe die Breite ein, das ist 8. Und ich werde hier entsprechend dieses Rechteck auf dem Bildschirm gezeichnet. Also, das Problem ist, schreiben Sie ein Programm Rechteck, das zunächst eine Zahl höher einliest, die größer als 1 ist, dann eine Zahl breiter, die größer als 1 und kleiner als 10 ist und ein Rechteck mit der Höhe und der Breite in folgender Gestalt auf dem Bildschirm ausgibt. Das haben wir ja gerade gesehen und das Beispiel kennen wir aus der vorhergehenden Unterrichtseinheit schon.